Die Minen von Mordor Schönen und Gude Bonjour Ein Simmer Amnes Wie hab ich mir versprochen Ein Simmer Amnes Ein Simmer Amnes Die Minen von Mordor Ähm Oder so ähnlich Oder so ähnlich Ja Tischt Ich weiß noch nicht wie Ich weiß noch nicht Ich weiß noch nicht Ich hoffe das ist ein Größte Ne Mit dem Glück an der Chance füsche Wer tun wird So steckt ihn Das ist ja ein bisschen aus Wie wiew ist das Das ist ja ein bisschen Das ist vielleicht auch so nur Ehm 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 Champion der großen Jor Ehm 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 er hat der Kuhlmann Klo und die Kumpel und Kuh stoppt wie er bettet dann aus mir wahrscheinlich schnitt hat und auch Einsamkeit hat euch verwirrt. Da sind eindeutig ein paar Bolzen locker. Da ist es ein bisschen mehr. Da ist es ein bisschen mehr. Das ist ein bisschen mehr. Das ist das Problem. Ich hab dich gesagt. Oh, geht ihr halt. Sorry, Angel. What do you want for kick-off? Der BBR macht den Zubiak. Sooo Ok, ich hab wohl auch die... Cool, auf Ex und ich muss noch... Ich muss noch nicht mehr spielen... Ok, gleich gleich, ich muss noch nicht mehr sehen... Ich muss noch nicht mehr sehen... Ich muss noch nicht mehr sehen... Oh, der schluss macht's noch nicht mehr. YES! Die ZWEETER! Die ZWEETER, WUSTERLUHUND! Und nie, ich glaube nicht, ich war nicht mit mir. Lord Mugren sagte mir schon, dass ihr hier sein würdet. Ich bin sein Schüler. Was ist mit Subjekt 13? Habt ihr ihn besiegt? Sicher. Subjekt 13 sagte, ich müsse mich opfern, um ihn zu befreien. Das kam nicht in Frage. Wir können ihn immer noch befreien. Wenn das Gefängnis seinen Tod zulassen würde, hätte er sich schon vor Jahrhunderten umgebracht. Subjekt 13, ihr seid besiegt. Nehmt nun meinen Verstand und dient dem Imperium. Ihr habt keine andere Wahl. Cool. Noch ein Prozess, weil wir jenen. Die Farbe gibt mir so gut aus. Er gehorcht. Erzählt Lord Mugren von meinem Ruhm. Die Trämpelzau einfach. Schade, gemütlosch. Na, jetzt fährt man es. Okay, und weiter. Cool. Ah ja, für die nächsten, äh, muss ich den, äh, hätten dabei holen. Äh, komm ich. Ich meine, den... ...und, ich finde ihn doch nur, wenn dann... ...wenn mir einfach mal mein Ding bespricht. Okay, schon. Ich meine, der Klasse Quest, der Doppelhof, und ich finde das... ...und, um normale, reguläre Malzertische sehen. Dann mal anstieg noch eine Bonus-Mission hin. Dann kommst du's, seit ich sie direkt direkt zurückkriegen. Ich bin auch noch drei Stationen nach. Ich könnte den Happy Doppelstuhl noch nach oben. Puh, das ist schon mal so, dass du da bist, dass du da bist, dass du da bist, dass du da bist. Schluss, den Simulok. Ich bin für seine Straßkürz. Der Cedron-Stern hat mich selber mit. Das Schockhalsband heilte den Häftling von seinem Ungehorsamen. Bald werde ich seinem Zorn gegen die Republik wenden. In eurem Namen wird er Chaos entfesseln. Oh, Mako, Mako, Mako. Mako! Mako, 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 Mako. Okay. Ähm, jup-di-du! Jup-di-du, jup-de-da! Jup-de-du, jup-de-da! Das bestimmt, ihr habt's von der... Ähm... Von der... Ich weiß nicht, was weißen. Ich weiß nicht, was weißen. Ich weiß nicht, was weißen. Cool. Doki-Jup, hier ist ein Doppelstil im Einquizitor. Bei mir ist das ein Doppelstil. Und das ist ein Doppelstil. Und das ist ein Doppelstil. Und das ist ein Doppelstil. Ich weiß nicht, was weißen ist. Entschuldigung. Okay, komm mal hier! Du hast die Doppelstil... Das ist natürlich cool das hier, das ist ja klar. Wir gehen mal rein. Die müssen wir gleich noch aufnehmen. Komm, wir sind bereit. Aufgeben, aufgeben, aufgeben. Tja, das ist. Mehr ruhig einfach. Das hat mich nicht gekannt. Hallo, wir haben einen guten Tag. Oh, komisch, komisch. Das muss man ja. Das muss man ja. Ah, ähm. Ja, wieder einmal des Jeb. Was? Ja, das muss man ja. Und dann gucken wir mal, wo wir beide hier neulassen sind, oder? Ich hoffe, dass wir uns da gerade im Kompass abziehen, dass wir ja nur mit Feindführer sein können. Ja. 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 Wie habt ihr? Ihr seid gut. Keiner schießt. Waffenstillstand. Nun, wir können unsere Differenzen beilegen, aber nicht hier und jetzt. Ich muss das Imperium aufhalten. Ähm, ok. Was, wie die Geschichte weitergeht, was natürlich, ich werde nicht sterben, 100%. Ähm, wie die Geschichte weitergeht, wie die Geschichte weitergeht, ist ja schon zu viel Spaß gemacht.